Leute, guck mal, was für ein Dreck ich bin. Guck mal, wie ich aussehe, bitte. Aber, wir sind endlich Level 40 geworden. Bedeutet, wir können jetzt erstmal unsere Platte leeren. Und dann wird's richtig schön. Wenn wir das hier gelernt haben, haben wir nämlich... Pass mal auf. Wenn wir das hier gelernt haben, haben wir das von unserer Bank. Oha. Aktuell sehen wir natürlich aus wie ein Lulatsch. Ah, es wird sich gleich ändern. Gleich wird es schön werden. Wir gehen mal zum Lehrer schnell. So, jetzt wird's nochmal teuer. Wir kaufen alles. Ja, der Shaman muss hier ausgebaut werden. Gut, teuer, aber nimm mir mit. Also. Kettenheilung, stimmt, haben wir auch noch. Chainheal. Neue Welle haben wir, glaube ich. Neue Geringe. Ähm, haben wir da einen Rang 2 bekommen, ey. Wir haben Totem Rang 3. Wir haben Blitzschlag Rang 5. Die haben wir schon reingepackt. Und dann haben wir noch einen Blitzschlag, den wir nicht nähen. Und Chainhealung Rang 2. Sehr big. Sehr, sehr big. Und noch ein Flammschock. Auch noch big. Aber, das Wichtigste kommt jetzt. Wir können unser Gear anziehen. Es wird ein Traum. Es wird ein Traum werden. Immer der schönste Moment. Als Krieger, als Shaman, als Hunter. Alle, die so ein neues Gear tragen können. Der schönste Moment immer. Brie aus Stormwind. Dass der nicht verkauft wurde. Oh, Boys. Ich hätte theoretisch auch noch die Axt. Aber die kann ich nicht lernen. Nicht wundern. So. Helm. Armschienen. Schultern. Schuhe. Hände. Brustplatte. Schild. Wichtigste. Wappenrock. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein Update. Oder? Definitiv. Wir haben das komplette Roleplay. Gear jetzt. Habe ich Fullset? Ja. Ne, meine Kamaschen fehlen. Da sind meine Hosen. Jetzt. Jetzt sind wir full. Sehr hübscher Bursche. Finde ich auch. Äh, GG. Wie gesagt. Axt haben wir auch noch. Müssen wir irgendwann mal reinpacken. Man, weine. Aber da bin. Nein. Ich bin heute mal ein. Vielen Dank.